Ladies and Gentlemen, liebe Pelikaner, willkommen zurück zu Sniperly V2 mit Besucher. Zu zurück mit mir und dem Rupert. Hallo. Ja, wir sind in der dritten Mission. Wir müssen ins Museum. Genau. Und da gehen wir jetzt rein. Ohne Karte. Den habe ich nicht verstanden. Ohne Eintrittskarte. Der Wagen. Flop. Schneid ihn raus. Nein, Mann. Dazu kommt auf jeden Fall. Und der Outtake. Ich musste ihn finden. Nur ein Problem. Berlin war keine Geisterstadt mehr. Die Roten waren durch die deutschen Linien gebrochen und eine Panzereinheit war auf dem Weg dorthin, wo Schweiger gefangen gehalten wurde. Die Deutschen leisteten auf der Museumsinsel Widerstand und ich ließ sie gern verrotten. Aber ihnen zu helfen, den Vormarsch der Russen zu verlangsamen, war meine beste Chance, mir etwas Zeit zu verschaffen. Mein Plan war dreist. Die Brücke mit einem Schuss vom Dach des Museums zu sprengen und die Panzer damit zum Anhalten zu zwingen. Dann könnte ich, während die Deutschen und die Russen es ausfechten, in die Stadt gehen und Schweiger holen. Okay, mal gucken, ob das so klappt, wie er sich das vorgestellt hat. Ja. Wir werden es... Wir sind von Insel her fertig. Von... Okay. Okay, ich glaube, wir gehen einfach hier geradeaus durch erstmal. Checken ab, ob hier jemand sitzt. Alles. Ja. Oh, da kommt was runter. Airdrop. Ist gerade ein Airdrop gedroppt. Okay. So. Ich möchte jetzt hier alles abchecken. Oh, ich kann... Ach, warte mal. Warte mal. Check Environment. Das Check Environment. Also da vorne sehe ich einen. Einer ist am Auto und einer ist hier unten entgangen. Siehst du die auch? Siehst du das? Ja, Mann, wie hast du das gemacht? Auf B. Mein Fernglas und dann... Ah, Umgebung markiert. Ja, mit Maustaste der Tastwölf. Oh, ja toll. Das hat er schon gesehen. Ja, toll, Mann. Das war ja scheiße. Komm, wir haben sich hier ein paar. Aber das wollte ich auch machen. Wieder ein Sniper. Ah, da oben. Halt die alle weg. Okay, Sniper. Tot. Ne, der liegt da oben. Wie, noch einer? Ja, da oben war noch... Also ich habe noch einen getötet. Ach, der ist schon tot. Na also. Dahinten ist mal einer. Ja, cool. Das würde ja markieren, dass ich mir aber früher wissen könnte. Äh, wer wird... Da müssen wir noch gegner. Oh, ich warte jetzt auf dich. Muss ja warten. Ja, ich komme. Ich wollte nur nochmal abchecken. Wo bist du eigentlich? Hier runtergekommen. Hier runter? In dem Graben? Ja, ich komme. Wie ist ich gerade? On my way. To the other side. Das ist... Dings. Alter, wie regnet es bei euch auch so? Negativ? Noch nicht? Bei mir regnet es richtig übertrieben, nice. Sieht richtig groß. Du hast gerade mir eine Leiche entdeckt. Was? Oh mein Gott, wir werden... Ich werde angeschossen. Wo? Ich weiß nicht, es wurde geschossen. Ich habe es gesehen. Von da hin? Von da hin? Komm wieder. Aber... Oben, oder? Oben. Passt nicht. Ah, nein. Ach, da. Den siehst du schon genug, sei nicht. Das ist ein Snipp. Ah, okay. Ja, schön Kopf drin einfach. Hast du. Ja, den einen habe ich. Ich gehe jetzt erst mal zum gelben Ding. Oder komme ich da nicht hin? Dann komme ich nicht hin. Okay, dann müssen wir halt so rein. Da kommen noch zwei. Oh, da hinten fliege ich sie auch. Da war da noch einer. Hab ich auch. Alles cool. Ja, das Ding ist, gehen wir es... Woher müssen wir? Gehen wir jetzt nach da geradeaus zu dem gelben oder gehen wir hier... Ach, die Brücke, hier ist kaputt. Ja, wir müssen zum gelben. Hätte ich gesagt, wir positionieren uns irgendwie super nice. Ist ja noch einer. Ja, tut's auch. Ich sehe jetzt. Kann sie mal töten. Ja, also so Story-mäßig ist das Spiel, glaube ich, nicht so krass ausgelegt. Ja, da wollte ich auch noch drauf eingehen. Von wegen, also... Ja, so... Ja, also ich wollte es so am Ende halt machen, wenn wir halt das durch hätten. Aber... Okay. Kannst ja immer noch machen. Ja, aber machen wir ja dann auch. Aber das war auch ein negativer Kritikpunkt. Okay, wo müssen wir hin? Kommt man da nicht? Okay. Ach, Leute. Ach... Warum macht man solche Wege, wenn das... Ach, warum? Ja, genau. Das hier? Okay. Ja. Das war... Das war... Feurig. Mehr oder weniger... Klar. Oh, gibt's hier wieder irgendwie Gold oder so? Goldenein. Boah, da ist... Tatsache, da ist Gold und du hast es übersehen. Echt? Ja. Ist klar. Gehen wir runter. Und wir suchen auch wieder Gold. Oder eigentlich... Klar, wir müssen runter. Oh, hier ist Munition. Oh, hier ist einfach gar nichts. Goldenein. Och, Alter, wenn man so schleicht, dann ist das so langsam. Ja. Toll. Ich sehe die Schatten. Oh, da kommt er dann. Fuck. Ah, komm ey. Ich stecke mir auf dem Deck, ey. Oh, er ist... Er ist betäubt. Echt? Fiebecken? Ah. Das geht nicht. Die sind so... Die blocken dich. Aber ich habe seinen... Seinen Sack weggehauen. Na also. Ich hätte mir eine andere Pistole mitnehmen sollen. Oh, da sind zwei. Oh, da sind zwei, da sind zwei. Ähm, ich nehme den linken, du nimmst den rechten. Ah, okay. Okay. Los? Los. Schön. Good job. Oh, da sind wieder zwei. Ne, eine. Good job. Ja, okay. Okay Dass man hier auch keine Türen aufmachen kann Ja, ist einer Wieso gelaufen? Wieso gelaufen? Ist noch einer Ich bließe mir die Beine Das ist so schlecht Oh mein Gold Gibt es in jeder Map 100 Goldbarren, die wir uns erzählen? Kann ich mir, das kann ich mir nicht vorstellen Nee, gar nicht, es gibt glaube ich insgesamt Ah, jetzt können wir hier Ja, schön Das ist gefaked Ich dachte wir können da jetzt unter schießen Warte, ich möchte mal kurz die Zwar Muni nehmen Und dann möchte ich kurz mal hier das Gebiet abchecken Ob da irgendwas ist Ja, hier sind noch zwei Ja, du müsstest dem vielleicht Den einen anvisieren und dann mach ich den anderen Wenn es geht Also wir Nein, wir können die doch weiter weg zwiebeln oder nicht? Oh nee, der sieht mich fast Ja, dann Machst du den am Kamin und ich mach den, der sitzt Ja, ich häng gleich rein Los Ja, oder so So, jetzt auch Uh, ist das ne neue Waffe? Ne neue Waffe Ja Nice one Okay, kriege ich die auch oder nicht? Ich weiß nicht, kannst du die auch nicht? Ich glaube nicht, ne Ne, ich brauch die auch nicht Oh, sogar Oh, der hat mir gut mitgegeben Die Sau Oh, die kommen Aus Madrid Irgendwas Da, da Wir kommen Wir kommen Ach, der ist unten Die müssen ja noch raus Ja, Alter, halt doch mal die Frisse, oder? Nee, weiß nicht Oh, oh, da sind viele Oh, shit Oh, wo? Da! Oh, fuck Warte, wo die sind? Oh, das sind auch auf der Straße richtig viele. Ja, deswegen wurde ich verwirrt. Weil der hinter uns war der Spaß. Warte, wie machen wir das jetzt? Ich werde... ...zum Outlaut. Und nicht sterben. Okay, aber ist das auf jeden Fall irgendwas rein? Oh, Alter, die gehen mir aber... Ich war's tot, Alter, lass uns hier verstecken. Hahaha, ich bin ja nur am sterben. Ich bin am bluten. Oh, jetzt lass mich mal in Ruhe, ey. Ja, das war's heute besser, wenn ich dreimal verfehle! So, jetzt pisst euch, Leute. Genau, jetzt erstmal wieder regroupen, ey. Lass uns mal hier in Ruhe. Bisschen recoveren. So, gib mal hier die... Voll schön Muni. Gar keine Muni drin. Irgendwo oben auf dem Dach, ein Sniper, oder? Ja, da oben. Also... Hast du ihn? Also, oben links war einer und oben rechts war einer. Und mehr habe ich jetzt auch nicht mehr gesehen. Oh! Was passiert? Was passiert? Sniper? Dammit, wo ist der da? Jawoll. Well done! Ja, wir müssen hier runter. Ja, sieht so aus. Ich seh schon, die kommen dann auf irgendwelchen Booten oder sowas. Müssen die dann weghauen. Wenn die schon Wasser ist, wir wollen uns dann bestimmt aufhalten. Wir können bestimmt nicht schwimmen. No way. No chance. No chance. No chance. No chance. Jetzt? Voll hier hochreifen, oder? Ja. Oh no? Ja. Ja, besser. Ja, ich konnte nicht. Das Spiel hat ein bisschen umgebacken. Der hat gesagt, hm, bitte warte auf deinen Mitspieler. Ja. Oh, okay. Oh, da schläft einer. Ah. Und da ist auch einer. Da steht auch einer. Und meine Nase juckt hart. Okay, dann müssen die beide doubtlos am besten. Ja. Sag mal, wenn du ready bist. Okay, bin ready. Okay, go. Ja, wir müssen in dem... Wir sollten in dem Museum sowieso so gut wie möglich lautlos vorgehen. Okay. Oh. Ah, das ist scheiße. Ach, voll. Ach, voll. Oder tötig. Vielleicht ist auch einer. Wie willst du denn hier mit einem Sniper, wie willst du denn das machen? Das... Du musst einfach warm mal da. In den Nacken rein. Ja, irgendwo so. Gutes. Wir sind einfach eine Nackenschelle. Skandalaaall. Skandalaal. Skandalaal ist... Ich mein Nase juckt. Na also. Ich versteck dir die füge nach. Schaut auf den Dächer nach. Schaut auf den Dächer noch. Na, und ich hab's gut. Bei mir sollen die Fenster checken. Versteck dich irgendwo. Ich versteck dich irgendwo. Das kam bei mir jetzt auch. Oh, von vorne. Er ist hier irgendwo... Oh, oh, oh. Was bist du denn? Ach, du warst im anderen. Ich hab noch Zeit. Ach, liegt der da auch, oder was? Wer? Was? Wer liegt wo? Keine Ahnung, ich hab gerade eine Hilfe geschoben. Keine Ahnung, ich hab ihn einfach geballert und dann vorbeigelaufen. Boah. Boah, dann haben sie gute Grafikeffekte hier rum, ey. Boah. 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 Ich weiß nicht wo wir hin. Da oben müssen wir eigentlich hin. Nein! Er ist mutfähig. Boah. Boah. Er ist tot. Wir werden dich finden! Boah. 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 Gut, weißt du jetzt wo wir sein müssen? Ja, wir müssench jetzt hier hoch. Das hört sich hier jetzt. Su merkt bueno. Boah. Feind gesichert! Wie er mich gesüchtet hat Man achtet auf seine Beinarbeit Man achtet auf unsere Beinarbeit Schön synchron Zwei Stück Können wir uns aber auch reinsteigen oder? Ich glaube ja Aber wir können uns schon reinsteigen Jedoch wir müssen trotzdem Keine Ahnung, ich kann den am Brett nehmen Und du nimmst den der Schild Ok Ok, ist ready Jo, ich mach doch einfach Fahre nochmal einer Ah Ah Boah, hier müssen wir uns bestimmt irgendwo hinlegen oder so Boah, sie kommen, sie kommen Ich weiß auch nicht, ob sie schon wissen wo wir sind Jetzt schon Ja, kommen ganz viele Boah, da sind auch die Panzer und so Boah, was müssen wir denn jetzt machen, genau Wir müssen irgendwas weghauen Nein, nein, wir müssen unten auf die Bomben Genau Nein, boah, was? Ach so, du hast deinen Kopf genommen Wir müssen unten, wir müssen auf die Bomben, die wir geplaziert haben Schließlich, ich nimm die linke Ach so Ach so Jetzt hab ich gar nicht Ach so Das ist dann halt, man muss nur eins treffen, oder was? Ach so Boah, ich war gerade maximal verwirrt Es war aber schwer Es war aber jetzt Ich dachte, wir müssen jetzt alle außerdem nehmen Nein, nein, wir müssen ja noch diese Typen holen, hab ich gesagt Für maximale Verwürrung entsteht, sollen wir die nur einen Sklaventreiber holen Oder war's das jetzt? Weiß nicht, oh Uh, uh, jetzt geht's aber Super Weißt du, auf einmal sitze ich da! Das ist so witzig Schöner Kopf rennen, so schnell den Weg ist es rund um uns Ich glaube Verdeckung! Boah, warum? Ja, aber ich muss mich noch mal sterben, wenn ich mich nicht mehr besitze Wenn der irgendwo saß ist, genau den hast du rausgenommen Genau Es geht mit der Scheiße Wenn die mal irgendwie sagen würden, wo die alle sind Wenn die mal irgendwie sagen würden, wo die alle sind Oh shit Ich mach die linke Seite Was machst du eigentlich? Wo bist du? Ja, ich mach die linke Seite Achso Ich hab mich da hingestellt auf die Mauer und dann gefaust Okay Okay Hab ich jetzt geschossen? Nein, du hast gefasst Ich wollte schon sagen Was? Ja Was? Was? Müssen wir jetzt zurücklaufen? Ja, wir müssen zurücklaufen Ja, wir müssen zurücklaufen Das ist keine Ahnung Oh! Wurdest du irgendwie angefassen? Ja! Dafür hat er gleich eine schöne Watsche ins Gesicht bekommen Schönes Fressbrett Na also Badatsch! Wie kommen die jetzt hierher oder was? Nächste down Headshot center, ah unten Hier können sie ich glaube Der war... Der dachte sich Oh ja, ich guck mal nach links Oh, hier sind aber viele Lol Vorhin hat's doch voll hart geregnet Auf einmal Bamsonschein Ich bin tot, ich hab mich aufgepasst Ich war sehr unwürdig Oh! Du blockst! Du blockst! Ja Pass auf, das ist ein Sniper Schön Kalt wie eine Hundeschnauze Ach, laut zu laufen ey Das ist unfähig am Roll Und schön im Sack jetzt wird Ah, wo das geht? Oh! Wie aus dem Haus? Ach, da oben Oh! 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 Ich weiß... Ich seh nichts Hm... Ich dachte, ich könnte das nur mitzumig explodieren Wo ist denn? Hier noch was Da! Ich denke das war's Können wir hier runter? Ich weiß nicht Ich bin sehr flott Aber ja! Ja! Hat's auch mein Kopf? Kann man sehen wie synchron wir das getan haben Ach, einfach laufen! Zeit ist Geld! Okay Wird nur noch geschossen Wird nur noch geschossen oder gar nicht? Na ja! Oh je, die Wand geklatscht ist! Alter! Wie denn zur Hilfe? Der ist tot! Der ist tot! Sehr gut! Oh, da hinten haben wir einen G Okay! Voll hab ihn! Jawoll! Man-Mode! Kein Schnicks! Keine Chance Einfach alle super machen! Ja! Man sie direkt wieder zurücklaufen Bünds! Boah! Das war ein Klapperschuss! Ja, ich... Jetzt noch einer! Wo ist denn noch einer? Muss ich mich aufregen? Seid der Bahn! Wat? Noch einer! Oder was tut das? Ne, ne! Ich laufe ihn gerade durchs Haus Keine Ahnung was hier suchen Hey! Warum ist denn das Haus hier? Vielleicht ist er ein Goldbach So, jetzt kommen wir jetzt hier hoch Und jetzt... Hm? Ja, jetzt noch eine... Ja! Das darf ich nicht machen! Ah ja, okay! Haben wir das jetzt geschafft? War das ja richtig Weiß ich nicht! Ja! Tatsache! Wat für ne Scheiß-Mission! Longest Shot! Du 201, ich nur 200! Nur! Linkster Schuss 2... LOL! 201! Ah, der eine war nice! Der an der Brücke! Der war cool! Der war unexpected! Der war nice! Ja gut! Dann was soll die nächste Mission sein? Ja! Wir gucken uns den Namen an! Ich warte auf die Antwort des Partners! Ah ja! Partner möchte sich auch weitermachen! Da die Roten und die Nazis sich auf der Museums-Opern-Platz auf der Museums-Opern-Platz Schießen wir dem... Ne, wir sollen den retten! Ich dachte wir sollen ihm in den Arsch schießen! Ja, wir sehen uns auf jeden Fall am Opern-Platz! Achso, ja genau! Gut! Bis dann! Haut rein! Ja, ich bin draußen!